hallo ist thomas job von fluggesellschaft.de mit dem angebot der woche dazu möchte ich dich einladen hier in der rubrik billigflüge auf die unter rubrik ab frankfurt main mitzukommen das startet erst mal mit einer kleinen intro geschichte dass ich kurz erkläre was in frankfurt los aber dann sehen wir sofort hier singapur airlines new york special das hat eine begrenzte buchungsdauer nämlich nur noch bis donnerstag dem 27 juni 2019 solltest du es später schauen dann ist das angebot leider nicht mehr da aber guck ruhig weiter damit du das prinzip siehst wie ich hier die angebote aufbereite und wie es dann in zukunft auch für dich möglich ist ein solches schnäppchen zu buchen wir sehen den abpreis das hat was mit dem airbus a380 zu tun den wir hier auch im bild sehen das ist ein flugzeug das ich selber hier so fotografieren konnte in london an der myrtle avenue ein berühmter platz für spotter am flughafen heathrow und unterhalb dieser angebote sehen wir den reisezeitraum das wäre also zwischen dem 1. november und dem 12. märz 2020 die weihnachtszeit ist ausgeschlossen das wäre also der gesamte dezember und der anfang januar 2020 bis zum sechsten kann man das nicht buchen aber außerhalb ist das machbar und der vorteil von singapol airlines ist deswegen ist das für mich auch das angebot der woche denn das ist eine der top fluggesellschaften in der welt ich würde sie unter den top drei manchmal sogar die beste passagier fluggesellschaft die so viele ziele im angebot hat es sind keine versteckten kosten zwei gepäckstücke mit je 23 kilogramm inklusive es kommt da eigentlich nichts mehr hinzu und dass das wirklich so ist das zeige ich euch ist kein umweg es geht jetzt hier nicht über den preisvergleicher sondern direkt zur airline klicken wir ruhig mal drauf und mit dem klick sieht man sofort noch die anderen angebote aber hier ist das new york angebot sehr leicht zu erkennen book now wäre dann der platz obwohl wir jetzt hier auf der deutschen seite sind wo es weitergeht noch mal die bedingungen mindest auf halt drei tage maximal zwölf monate okay das wäre es für einen passagier schauen wir uns irgendein datum mal an wie wäre es mit dem 12 november bis zum eine woche so im november bis zum 19 und hier kommt auch ruckzuck das angebot ja 379 euro 71 das nennt sich economy saver oder was schauen wir uns gleich noch mal die details dazu an wir müssen jetzt hier den flug auswählen na economy light ist das 379 71 gibt noch andere varianten und den rückflug also tolle flugzeiten nonstop das ist die besonderheit singapore airlines pflicht von frankfurt nonstop nach new york und dort zum flughafen jfk john f kennedy für den rückflug also kein aufpreis wähle ich gebe dann meine daten ein hier sieht man noch die zusammenfassung es bleibt bei diesen 380 euro sammeln von meilen ist möglich die nennen sich hier chris flyer meilen allerdings nur 50 prozent ist halt nicht so viel upgrades kann man nicht machen die sitzplatzauswahl ist auch kostenlos möglich wenn wir jetzt hier am 12 november losfliegen ist das bereits ab 16 10 also fast einen monat vorher schon möglich die sitzplätze auszuwählen ich finde halt toll dass hier zwei mal 23 kilogramm freigepäck dabei sind braucht man auf dem hinweg nicht aber wenn man in new york shoppen war dann braucht man das auf dem rückweg ja so sieht das aus ein tolles angebot mit singapur airlines das ist mein angebot der woche falls ihr noch weitere infos zu singapur airlines oder zu den fluggesellschaften haben möchtet ich habe hier den link gleich unter das bild hinzugefügt dann kommt ihr in der rubrik flüge bei mir da gibt es die auswahl nach zielregion oder nach airlines ganz ganz viele informationen zu den einzelnen fluggesellschaften wie jetzt in dem fall singapur airlines erstmal mit einer riesen preisliste dann übersicht wo fliegen die von deutschland nonstop hin also ab frankfurt nach singapur münchen und düsseldorf nicht so oft dreimal die woche aber eben auch dieser flug nach new york der ist auch nicht täglich der ist täglich außer montags sollte man auch noch mal wissen diese ganzen infos findet man bei mir jugend und studenten tarife eigene bilder habe ich natürlich auch von der itb noch verlinkt wenn ich da schon war dann möchte ich das natürlich die auch gerne zeigen aber ich habe auch alle klassen hier vorgestellt und zwar nicht ich selber sondern ich habe bei youtube die video reporter trip reporter rausgesucht das wäre zum beispiel simple aviation für die economy class das ist dominic und stefan von global traveler tv für die premium economy die haben die getestet niemand kann es eigentlich besser vorstellen als die beiden in deutscher sprache übrigens ja noch mal vorgestellt warum ich dominic und stefan besonders empfehle dann haben wir hier den nonstop dan der früher mal dan torp hieß der hat sich die business class im a380 angeschaut ende 2018 ist dieses video entstanden funkelnagelneue business class kann man sich hier anschauen und die first class natürlich auch wieder hier mit stefan im bild das ist eine first class suite da kann man wirklich mal mitfliegen mit träumen mit global traveler und der singapore airlines also das ist eine tolle fluggesellschaft super angebot müsst dazu schlagen viel spaß und kommt bald wieder zum nächsten angebot euer thomas von fluggesellschaft.de schimper 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 Untertitelung des ZDF, 2020